Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft GroupCraft mit dem Troll und dem Floster. Nein, der ist nicht da, nämlich der Novo Lame Star. Hallo. Moino. Hi. Also, wir haben gedacht, wir gehen jetzt wieder mal zum Neffer. Oh, es leckt ein bisschen. Ich weiß nicht, wieso es leckt. Ich hoffe, es leckt nicht allzu sehr und in der Aufnahme ist es nicht so schlimm. Ähm, weil ich am Hochladen bin. Also, am Bearbeiten. So. Ah, schau her. Neffer. Gucken wir im Neffer ein bisschen an. So. Da war schon jemand drin. Okay. Hier leckt es nicht mehr so. Okay. Es ist auch wegen den vielen Gebäuden. Und weil mein Arbeitsspeicher durch die Bearbeitung vom Video sehr in Mitleidenschaft genommen. Ja, das ist sehr böse. Schau dir mal an. Das ist doch dämonisch da drüben, das Kloster. Das hat so ein komisches Zeichen. Also. Hier ist sicher schon jemand. Soll ich da aber rauffliegen? Dann wird es viel dämonischer. Ja, ich könnte auch fliegen. Ich bin auch Architekt. Mal kurz den Skin meines Bruders raufnehmen. Und dann steht da der Teufel. Ich habe letztendlich meine Diabrusplatte gemacht. Haltbarkeit 3 und Fehlschutz 4 habe ich drauf. Das ist gut, wenn man jetzt hier stirbt. Okay, ist nicht viel hier unten. Ich habe drauf einen Stein. Einen Stein hast du drauf. Du hast Vollpfosten drauf. So. Hier ist alles Sackgasse. Ich kann das nicht kapieren. Oh. Pff. Der kann kein Nein hören, ne? Ich gehe jetzt hier runter. Ich melde den ernsthaft beim nächsten Mal. Ah, das ist der, der den F-Best gab. Okay. Äh, wo bist du? Ich bin wieder runtergegangen. Ja, hier geht es weiter. Yay, es geht weiter. Hui. Und jetzt geht es weiter. Ich finde dich nicht. Da. Ach, da. Fliegendes Feuer. Ah, nein, das ist nicht fliegend. Das war nur das Haus an der Wand. Fliegendes Feuer schadet nicht. Ja, aber es gibt manchmal fliegendes Feuer, weil irgendwie Minecraft nicht checkt, dass das Feuer eigentlich raus sein muss, wenn es schon fliegt. LOL, und wir kommen nur irgendwo raus. Geil. Echt? Mhm. Das ist Glück. Ja, okay. Bisschen raus. Das ist nicht viel hier. Also Seelensand brauche ich neben mir. Ich bräuchte ein bisschen Seelensand. Weil ich weiß. Ja, komm her. Hm? Huch, da ist mir der Seelensand rausgefallen. Also nur wohl wenigstens irgendwo ins Klo kacken, aber doch nicht hier. Nein! Au! 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 Ich kann dich nicht löschen. Sonst hätte ich meinen Eimer weg. Au! Habe ich Hummel dann hier? Ja, gut. Nein, ich habe kein Essen mehr. Hast du Essen? Ja, was ist, ist was Schlimmes passiert? Ich glaube, er ist mühden. Da. Yay. Ich verstehe nicht, warum ich nicht mein Essen mitnehme. Ich habe so viel. Dank meinem tollen Verbrennungsschwert. Mhm. Oh, Quarz. Sehr selten im Nett. Ganz selten. Nein, ich brauche Levels für deswegen. Ich brauche noch ein Level. Oh. Au. Ja, ich... Hä, wie... Kannst du mich schlagen? Au! Ja, in der Farmwelt... Also in dieser Farmwelt hat wahrscheinlich er noch nicht fertig gemacht. Wir müssen höher. Ich habe fast keine Herzen mehr. Wenn Garst kommt, stell dich bitte in den Weg. Ja, ganz klar. Hä, wie weit ist das, ey? Das habe ich noch nie gesehen. Meine Spitzjacke geht kaputt. Die hat noch, ähm... Kann man das irgendwie anschauen? Nein. Schade. Meine Spitzjacke hat noch ganz voll. Ja, jetzt hat er es kapiert. Yay. Ah, jetzt. Er hat es kapiert. Es galt mich nicht mehr an. Wo ist die Konfi hin? Was ist eine Konfi? Keine Ahnung. Ah, wahrscheinlich Skype. Ach ja. Was? Ja, er war in unserer Gruppe. Aha, der ist er. Hat mit uns geskypt. Yay. Dankeschön, dass du im Weg bist. Bitte. Ich bekomme fast Level 30. Ich habe fast Level 30. Weswegen? Und dann stirbe ich. Ich werde heute wahrscheinlich das... Nein, nicht das erste Mal... Wollte ich da oben abbauen? Ja, aber ich bin in Levels okay. Dann bau die dort oben ab. Ich gehe weiter und schaue mal aus. Geil. Mir egal. Der ist eh doof. Können die es nicht kapieren? Novo, Klassenservice ist dann. Lass mich mal drauf. Fluss da auf den Klassenservice. Ich brauche Netherquads. Ich weiß nur nicht, wohin damit. Baut doch irgendwas. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man die Säulen macht, aber die sehen mega schön aus. Ich weiß, wie man die macht. Ich habe da unten ganz viele. War es noch nicht in meinem Geheimraum? Ja, schon, aber wie macht man Säulen? Mit Netherquads. Aber wie muss man Netherquads kreppen? Ich nehme jetzt nicht auf. Du musst zwei Netherquads-Blöcke übereinander legen. Ah, nur so? Okay, das habe ich letztes Mal gar nicht probiert. Also, wir sind hier in einer Höhle. Die Höhle führt nirgends hin. Und er skypt mich wieder an Weltrekord. Nee, Floß, da soll ich ihn zur Konferenz hinzufügen? Ja, wir schicken mal rein. Hallo. So. Oh, lass mich mal auf dem Klassenservice. Kann ich gerade nicht. Drago nimmt gerade auf. Ja. Und sie findet dich nicht. Nein, kein Problem. Ich dachte gerade voll, du wirst Cheater. Wir in einem Livestream. Es bist Drago. Hä? Drago, wo bist du? Ich bin draußen. Ich bin irgendwo rechts. Nein, nicht dort. Fluster, schau mal mit Game Mode 3, wo es rausgeht. Hier hat es irgendwie gar nichts. Komm zu mir. Komm zu mir. Wo bist du jetzt? Hier, hier, hier. Ich seh dich. Ich seh dich nicht. Hier, hier. Bist du blind? Ja, da. Ja, ich seh den Namen nicht. Hier die Treppe ganz leicht hoch. Yay, und dann sind wir da draußen. Endlich. Ah, schön. Glowstone haben wir hier noch. Könnte ich noch ein bisschen mitnehmen. Ich blick ja nicht durch. Du kennst doch Minecraft nie, du hast immer im Server, ähm, Ding, Kreativmodus gespielt. Ich erstell die Welten, aber ich bin noch nie so geplogen. Scheiß, du Garst, Garst, Garst. Garsts mögen mich nicht. Ich hab keinen Bogen dabei. Ich hab noch keinen Verzaubertbogen, ich müsste mal verzeihnen. Ich hab nicht mein Schwert dabei. Du weißt schon, dass hier gar keiner ist. Aber ich hör einen. Nö. Doch, man hört einen, der ist da oben links. Wo ist der? Ich will's nicht sehen. Das Ding oben links. Hey, ich will auch fliegen. Der ist über euch. So, ich flieg jetzt auch mal ein bisschen. Hä? Der ist über euch, hier. Wo ist Drago? Hier, ich bin beim Lava-Fall. Hä? Da unten, unten, unter dir. Jetzt hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Ich will eine nette Festung finden. Wo ist der Ausgang? Wie spielst du so schnell? Ja, ich hab hier noch Speed drauf. Kann ich das auch? Nein, das ist kein Ordnens. Wo ist der Ausgang? Garst, 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 Garst. Die mögen mich nicht. Scheißo. Hilfe, 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 Hilfe. Oh. Ich werde sterben. Mag mal Schleim. Ich weiß, dass ich mit Fleisch sterben will, weil ich es vergiss. Lul, hier war einer. Schau mal her. Hier war ihr einer. Ich kann ihn finden. Der Gas bringt mich gleich um. Hier war einer. Schau. Da kann man Gas zu killen. Mit dem Weg. Mit Gas kann man ganz einfach killen. Echt? Ja. Einfach schlagen? Ja, zum Beispiel. Ähm, wo ist er hin? Kann mich jemand zu euch tippen? Ich hab mich verlaut. Ich kann es nachher gleich machen, aber ich will eine neue, nette Festung finden, nicht die alten. Ich hab letztens eine gefunden. Geht ganz leicht. Ja, scheinbar warst du das mit dem Weg über die Labe. Nö. Okay, dann war's in eine andere. Oh, diese Soul-Send hier. Oh. Mega Soul-Send. Es ist zu schnell. Ich muss mir ein bisschen weniger Speed reinhauen. Ich hab den Weg einfach nur genommen. Ich hab die Wege, die vorhanden sind, genommen und dann bin ich zu komischerweise einer unerkundeten Festung gekommen. Was ich gar nicht kapiert hab. Ähm. Oh, hier ist Gravel, das nicht runterfährt. Das kenn ich auch. Das ist so LOL. Jaja. Das hier tatsächlich... Achtung, Achtung. Solange ich gleich nicht in der Labe... Jetzt fällt's runter. Wie, ich fall runter? Nein, der Gravel. Ach. Kann mich jemand zu euch tippen? Gas, 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 Gas. Oh. Oh, no problem, hör jetzt auf. Entschuldigung, Gas. Meine Ohren, weißt du, bei mir ist das so laut? Nein, wer hat den Schleif weggenommen? Wie viel Leben haben die Viecher? Nicht viel. 20. Also, ich bin dann mal weg. Ja, tschüss. Flo ist okay denn für dich. Ja, genau. Ich hab's dir kaputt. Ah, zwei Herzen, wir müssen nichts machen. Zwei Herzen. Drei. Hä, wie hab ich das denn jetzt gemacht? Na gut. Ah, Gas, 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 Gas. Ich hau ab. Hilfe, ein Gas. Nein. Nein, Schätz. Lust, Alter, das hier vorne ist ein Bogen. Ich hab keine Angst vor Gas. Ja, Gas mag ich nicht. Ich mag Gas. Sie sind so hätt. Die haben so einen coolen Sound. Stellt euch das mal vor. Ich bin so ein Baby. Wusstet ihr, dass der Sound eines Endermans Wörter auf Deutsch rückwärts? Ja. Ja, genau. Ah, ich hab ne... Loll, die größte... Die Festung hat komisch ausgesehen. TP mich zu dir. Nein, das ist meine Festung. Wenn ich sie geplündet habe, dann kann ich sie... Ich will gar nichts davon haben. Ich will einfach nur neben dich stehen. Ah. Und vielleicht ein paar Steine nehmen. So, hab ich es ab. Ich hab... Ähm, Drago... Ach, das ist die... Ich hab neun Anmeldungen bekommen, aber die sind echt... Die... Ja, wenn sie nichts zurückschreiben... Zurückschreiben. Ja, eben. Wenn sie nichts zurückschreiben, dann müssen sie auch nicht auf die Seite kommen. Und wenn einmal die E-Mail-Adresse ist, auch. Die hab ich schon erkundet, ne? Nicht. Oh, mein Gott. Hey, ich bin jetzt so weit weg geflogen. Das ist sicher nicht diese. Wieso hab ich Speed? Wenn ich fliege. Ach, Mist. Wieso sind alle schon... Ah, weisst du, wieso? Weil, ähm, die Farmwelt nicht von Flos da, ähm, erneuert wird die ganze Zeit. Ja! Hab ich auch schon ihm gesagt. Und da sagt der... Ne, die wurden schon letztens erst erneuert. Boah, es hat gelegt. Im Flug hat es gelegt. Ich geh raus im Neff, es leckt zu sehr. Ich hab doch neu gemacht, da wo du's gesagt hast, Drago. Gut, dann erkunde ich dich jetzt noch weiter. Das war aber von drei, drei Wochen so. Achso, ich hab nur... Ah! Jeden Sonntag bitte neu machen. Ja, das hab ich eigentlich auch vorgehabt, aber... Moment, ich will hier jetzt nur ein bisschen abbauen, dann kannst du mich kicken und neue raufmachen. Kicken? Wieso soll er dich kicken? Weil er sonst ja keine neue raufmachen kann. Dann geht... Flos da! Wieso kann er keine neue raufmachen? Dann geht's gleich auf dem Klassen-Server und gibt dir dann die IP. Okay. Aha, dort. Ja, du meinst auf dem anderen Server. Auf dem Schul-Server. Da sind die Namen aller... Also aller... Owner. Die IP einfach. Die sind alle Owner! Boah! Vier Owner. Wow! Und der Bruder von Minecraft, also Luke, ist auch drin. Der nervt. Der Bruder. Ich sag jetzt besser nicht, warum er nervt. Aber es sind auch Beziehungen, ich dachte schon, sie wären Freunde. Ähm, Luke, der ist sicherlich von... Ähm, das ist aber auch... Dies ist ja eigentlich der Server seines Bruders. Ja, aber ihr wisst sicherlich was. Ihr wisst es. Wir sind verliebt ineinander und deshalb machen sie selber und teilen Ohne. Scheiße, Wizzerskelett! Wizzer, 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 Wizzer! Das ist so leichter Mob. Einfach auf die Sternzeiten. Irgendwann wieder treffen. Oh, ich hab Kohle gekriegt. Nein, ich hab den Wizzermod. Oder was das heißt. Ich hab den Wizzer. Guck mal, ich seh aus wie ein Wizzer. Lol. Ich hab ausgesehen wie ein Wizzer. Ähm, ich will Wizzers killen. Ich will noch ein Wizzerskelett. Wenn ich noch ein Wizzerschädel krieg, dann können wir Drago. Hättest du vielleicht Lust im nächsten Let's Play den Wizzerk zu kennen? Also im nächsten Part. Ich bin halt noch sehr schwach. Oder demnächst. Ich weiss nicht, ob meine Feuerrüstung das aushält. Die Feuerbälle, die er schießt. Weil ich brauch unbedingt den Nether Star. Unbedingt. Ich werde einfach der Bogenschützer dann spielen. Ich muss mir sowieso noch einen Bogen verzaukeln. Ja, und ich spiel der, der wegrennt. Nein, du... Ja, okay. Du spielst der Puller. Der nimmt am Puller. Also der, der... Der, ähm... Den Witter, ähm... Unlockt. Und weglockt. Das ist der Puller. So. Wir müssen nach oben. Und zum Zaubertisch, liebe Leute. Wollt ihr zu Maim? Der ist einstellbar. Boah, wir haben noch 15 Minuten Zeit. Ähm, ich habe noch eine Frage an Dragos, äh, Zuhörer. Ähm, wie wäre das jetzt, äh, oder die, die vielleicht auch mitspielen und es dann zuhören, äh, wie wäre das, wenn ich dann einen TS3-Server aufmache oder noch nicht? Gibt's doch. Nein, irgendwie habe ich gerade ein bisschen... Er ist, er hat nicht in Benutzung, also er wird von Server in ihn benutzt und ich würde es erst dann machen, wenn wirklich Leute wollen einen TS3-Server. Hat Mega eigentlich auch Skype? Ja, der will das, glaub, aber nicht, dass es jeder hat. So. Floster. Äh. Eine Frage, hast du das Haus von Mega aus dem Internet? Das ist von Mega. Das hast du aber gebaut? Ja, das habe ich aus dem Internet. Mhm. Ich weiß, wer das Video gemacht hat. Mhm. Und ich weiß, wie ich mich durch... Ich wollte halt ein Haus haben mit Mittelalter und dann ist es mir jetzt bis gestern so aufgefallen, dass irgendjemand baut wie Mittelalter, dann ist es eigentlich auch vollkommen egal, ob da jetzt ein Haus steht oder nicht. Also ich baue mittelalterlich. Ja, aber guck mal in die Welt rein. Jeder baut das, was er will. Ja, ziemlich. Also die Kirche... Deswegen nenne ich das jetzt Stadt, nicht mehr Mittelalterstadt. Ja. Ja. Ähm. Zum Beispiel, so wie Rathaus, es ist ja nicht mehr Rathaus, sondern es ist Bornhaus. Hier baut sogar jemand einen Baum. Einen Baum. In XXL. Und wo ist das? Kommt zu mir. Gleich, ich muss noch verzaubern. Der Baum. Okay, jetzt Slash T, Pennovo. In HD. Das ist ein Baum, ich dachte, das sei ein Haus, einfach als Ding, okay. Nee, hat... Wer macht es? Blue gesagt. Crazy. Crazy Dog und Fighter Boy, glaube ich. Ja, sie sollten einfach mal weitermachen und er sollte nicht fliegen. Ja, also ein fliegender Baum ist wunderschön, ne? Ja, eigentlich sieht es ja nicht aus wie ein Baum, weil das viereckig ist. Ich hab 29 Levels. Nein. Sag mir einen Block in Minecraft, der nicht halb viereckig ist. Der nicht aus viereckig. Was ist nicht halb viereckig? Okay, ähm... Ein Pilz. Ein Eichensetzling. Ein Pilz. Äh, Spinnennetz. Bestehen aus vierecken. Bestehen aus vierecken. Äh, 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 das ganze Game besteht aus Voxel und Voxel sind vierecke. Ja, außer wenn du Texturenpack machst, dann sieht es nicht mehr aus. Ja, aber es sind immer noch Voxel. Sie sind dann einfach kleiner, weil die Auflösung größer wird, oder? Ja. Aber es sind immer noch Voxel. Du kannst ein Game nicht umschreiben. Du musst immer Voxel benutzen, wenn du ein Voxel-Game machst, oder? Ich glaube, die heißen Pixel. Nein, das sind Voxel. Pixel sind Dreiecke. Und bei Minecraft ist es vierecke, das sind Voxel. Aber Schleimball sieht aus wie ein Ball. Ja, aber es sind trotzdem... Es ist ein Ball voller vierecke. Die sind einfach klein. Ja, ha, ha, ha. Sechzehn mal sechzehn. Ein Slimeball ist sechzehn mal sechzehn. Genauso wie ein Erdblock, ein Witterschädel. Alles ist dreizehn mal sechzehn mal sechzehn. Nee, bei meinem Texturenpack nicht. Ja, aber ich meine einfach beim Original-Minecraft-Texture-Pack ist so als sechzehn. Also die besten... Also eines, was ganz viele YouTuber nutzen, ist ja ein 1x1-Texture-Pack. Ah ja. Verstehe ich gar nicht. Ja, verstehe ich irgendwie gar nicht. Das ist gar kein Texture-Pack mehr. Das ist einfach Pixel. Ein Pixel. Ein riesiger Pixel. Da ist eigentlich das ganze Bild, besteht ja nur aus Pixel, die 1 Meter groß sind. Der einzigste Texturenpack, das werde ich nie vergessen, ist der 1024 auf 1024. Ich habe eine Bogenhaltbarkeit 3 Stärke 4. Ich hatte den mal drin gehabt, aber den gibt es für 1.8.6 nicht mehr. Drago? Hm? Hast du zufällig eine Wizzardschädel? Nein, ich habe noch keinen gefunden im Let's Play. Ich habe schon ein paar Wetter besiegt, aber immer nur Kohl bekommen oder Knochen. Ähm, ja schade. Weil wenn wir einen finden, können wir auf alle Fälle mal Wizzardschädel machen, ne? Weißt du, was das seltenste Item ist in Minecraft? Also was du... Was du einfach nicht finden kannst, nur per Zufall. Grundgestein? Das kann man nicht abhauen. Ja schon, aber das findest du unterirdisch überall. Ja, stimmt. Das seltenste Item ist wahrscheinlich der Clownfish. Ich habe in der ganzen Zeit angeln, noch nie einen Clownfish gehabt. Aber in einem der letzten Parts habe ich einen Clownfish geangelt. Da ist es so extrem selten. Also wirklich seltener geht es nicht mehr. Da sind sogar Bücher, ähm, äh, äh, häufiger. Wenn ich angle, kriege ich immer nur eins. Ein Blatt Papier. Ich habe eine Angel, die ist extrem gut. Die hat Glück des Meeres 3 oder so. Ich habe auch eine gute Angel. Aber ich kriege immer nur Papier. Ja, ich bekomme nur Fische, weil ich, ähm, Ding, ähm, Köder 3 habe oder was das ist auf Deutsch. Kann ich nicht. Du musst entweder Glück des Meeres haben, das gibt Loot, oder Fisch, äh, also Köder. Dann bekommst du Fische. Mhm. Oder beides keine, dann bekommst du zu 40% Köder. Ähm, wo ist denn jetzt meine Angel? Da. Haltbarkeit. So. Ich habe eine tolle Angel. Also das ist eindeutig die beste Angel Deutschlands. Die Zeit geht irgendwie so langsam durch. Jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit. Boah. So viel Zeit. Wir haben zu viel Zeit fürs Let's Playen. Das sollte nicht sein. Halt ich noch nie. Ich habe 2000 Videos schon bei YouTube. Echt? Ja, manche Videos sind aber noch nicht veröffentlicht. Ich kann nicht angeln. Ich bin eigentlich sie nicht der Veröffentlicht. Ich bin... Ja, du musst einfach warten, bis du anbreist. Und dann klickst du auf rechts. Und musst immer auf rechts drücken, richtig? Nicht immer. Wenn er anbeißt. Einmal reicht. Ein kurzen Mal er... Du musst einfach warten, bis der Köder kommt. Lol, der schwebt über dem Wasser. Ja, du musst ihn halt so werfen, dass er nicht schweben kann. Oh, Floster! Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch, Floster. Du bist einfach der Beste. Du hast den ersten... Ich habe aber gar nichts gemacht. Was habe ich denn schon mit der Auffolge? Vielleicht warst du einfach nicht im Game Mode. Dann kommt das haltemalsschwindring muss ab. Ich war im Game Mode. Ja, dann weiß ich nicht. Dann hast du wahrscheinlich einen Buggeist gelöst. Er hat das beste Tweet Achievement durch einen Bug bekommen. Wunderbar. Für die Idee nicht da. Hä? Äh, ich habe noch nie eine Lohe gekillt. Äh, also die Ding-Ding sind extrem verbuggt. Die Achievements. Ich könnte auch mal kurz schauen. Was habe ich noch nicht? Eine Schiene habe ich noch nicht. Oh nein, er lege mit einer Lohe mindestens einen Kilometer an einem Stück, ca. habe ich noch nicht. Ja, ich habe... Meister des Kampfes, verursache neun Herzensschaden mit einem einzigen Schlag. Also ich töte jetzt einen Ghast mit einer Angel. Das muss ich mal machen. Töte einen Skelett mit einem Pfeil aus einer Entfernung von mehr als 50 Meter. Kann man eigentlich auf einem, auf einer Welt irgendwie LWC eigentlich ausschalten. Was ist LWC? LWC ist die, wo die Kisten sichern. Das musst du schauen, das mit, mit einem Ding machen, mit Bucket oder was du hast. Hm, muss ich gucken. Das musst du dann... Bei Survival PvP würde ich dann Kisten sichern wegmachen. Dann würde es ja besser, weil sonst könnte man ja eigentlich die ganzen Sachen in meinen Kisten tun. Ja. Dann wäre es nicht immer so... Wow, ich habe sechs Werkbänke. Frago? Hm? Ähm, kann... Ist es für dich okay, wenn ich dir irgendwann mal so ein winziges Foto über Skype schicke, wo ich dir dann den Tower zeige, den ich vorhabe, in der RVR-Welt zu bauen? Ja. Wenn ich das darf. Also wenn du das J begehst, kannst du mir so viele Bilder schicken, wie du willst. Ich habe guten Vespanschwein. Ich nicht. Ich verstehe es nicht. Dann sorge dafür, dass du Dinge... Dass du nur eins Bits schickst. Die Videos, die ich drehe in Minecraft, dauern manchmal drei Stunden zum Hochladen. Wie viel... Wie viel... Wie groß sind die Videos? Fünf Gigabyte. Okay. Meine Videos sind 240 Gigabyte groß. Und sie gehen genau 30 Minuten zum Hochladen. Hä, wie jetzt? Ich hätte ein besseres Internet. Viel, viel besseres wahrscheinlich. Ich will reiche. Wie jetzt? Bei meinem Kumpel geht es auch so schnell, aber hier... Sagt man denen nicht, dass sie so ein besseres Internet... Das beste Internet hat eine Oma, der macht ein Terabyte pro Sekunde. Nein, das beste Internet ist bei NASA. Das ist ungefähr 20 Terabyte pro Millisekunde. Nein, das beste Internet auf der Welt hat eine Oma bei sich zu Hause 1 Terabyte pro Sekunde oder 20. Ja, aber NASA hat 20, 30 oder so. Vor allem das stärkste Internet, das genau so ist, weil es geprüft wurde, hat die NASA. Für mehr als 30 Pelses zusammen. Kommst du mal, ich will dir unser neues Gildenhaus zeigen. Hat Cubanello gebaut. Wieso liegt da Flöten? Ah, da ist es. Ja, das habe ich schon... Ich habe ihn gesehen, wie er es gebaut hat. Das ist auch schon drin. Mein Tintenfisch ist auch noch hier. Schau. Ihr könnt es für die Gildenrüstung holen. Schau, wo ist der Tintenfisch? Da, wo ist Steve, wo ist Steve. Ich nenne alles Steve, was ich sehe. Das ist Tintenfisch. Das ist mein Tintenfisch, den habe ich benennt. Der heißt irgendwie. Wie heißt der? Erstmal nachgucken. Nein, ich habe Game of Things. Squiddy heißt er. Oh, Squiddy. Hä, was macht der Schalter da? Ich wollte es auf sicher sein. Wo ist das Glas, das ich kaputt mache? Ah, hier. Da vorne. Ah, ich habe zu viel Speed drin. Lass mal die Hebel in Ruhe. Aha, jetzt bist du da eingesperrt. Sicher? Nee. Ganz, ganz sicher. Au! Ich habe ihn erwischt. Yes! Yes! Ich habe Schaden gekriegt. Yes, ich habe ihn erwischt. Ich wollte es unbedingt, weil ich wusste, dass da das Ding aufgeht, weil ich es gehört habe. Ich wusste es genau, du bist drunter gefahren. Du bist ein Mobber. Du bist ein Mobber, du. Ein Mobber, du. Du Mobber. Mobber. Ich bin ein Mobber-Spieler. Hier wird später unser Versammlungssaal entstehen. Der Versammlungssaal. Oh, ich bin oben auf dem Balkon rausgekommen. Wie jetzt? Ja, mit dem Kompass kann man Teleport durchwenden Teleport... Du, mach die Tür auf! Ich habe keinen Bock zu grieven. Ja. Auch wenn ich das hingesetzt habe. Du bist ein Idiot. Sniper-Elite. Ich bin der Sniper-Elite. Hä, aber die normalen Spieler kommen doch gar nicht da hoch, weil du keine Wertpunkte... Voll Headshot! Voll ein Headshot! Bei mir sieht der Pfeil so lol aus. Der wagt da in der Treppe rum. Und ich will nicht sagen, wie das aussieht. Okay. Ich sehe nicht mal einen Pfeil. Da oben ist der Pfeil bei mir. Der ist da an der Wand und steht die ganze Zeit in den Felsblock und geht dann... Oh, jetzt ist er weg. Äh, ich sehe nicht mal einen Pfeil. Ich will das auch denken. Geh mal weg, ich will das auch, dass das im Ding drin ist. Das ist so irgendwie... Das geht nur, wenn er durch mir abgestoßen wird. Glaube ich. Das muss durch jemanden abgestoßen werden. Geh mal ein bisschen höher. Nee, das geht nicht, schade. Das war ein Glückstreffer. Das sah richtig lol aus. Ja, ich will hier keine Pfeile drum. Hast du eine Endlichkeit? Nein, leider nicht. Aber ich habe Halbarket 3-4. Wenn ich dann nochmal einen Bogen habe mit Unendlichkeit, dann schmiert sich ihn. Wieso sammle ich denn nicht die Pfeile ein? Weil die vom Game-Mode gebraucht wurden. Ach, okay. Wenn man im Game-Mode schießt, dann hat man keine Pfeile eigentlich. Dann werden sie nur eingesammelt. Und Fluss hat sich auf die Treppe gegessen. So, jetzt möchte ich mir einen Wasserfall noch zeigen im Let's Play. Ja, den schönen Wasserfall. Da ist der Wasserfall. Da kann man sogar reinspringen. Ich werde später einen bauen, der wird von ganz oben. Ja, ich spring rein. Nun erleben Sie Heidcore. Wie das langsam. Ach so, den Wasserfall. Den habe ich gesehen. Den habe ich vorgebaut. Der war so schön. Ja, ich spring doch einfach da drüber. Leute, meine Herzen haben jetzt zack hingestimmt. Du kannst im Wasserfall hier in der Mitte des Turmes... Ja, ich weiß sie jetzt nicht auswendig. Du könntest in der Mitte des Turmes die Säule wegmachen und dann Wasser runterbauen aus dem Turm. Bei mir? Nee, wenn ich das baue, dann mache ich es mit Redstone. Mit Redstone, richtig cool. Dann mache ich es so, dass ich... Oh, der hier hat es doch Koppel. Mach doch hier raus, dass es hier raus geht und auf jeder Seite runter geht. Dann mache ich das so, dass hier... Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ich war ein anderer. Okay. Los da, mach das weg! Das sind Sachen, die du nicht weg sollst. Du machst auch nur Scheiße, ne? Jetzt sind die ganzen Fackeln hier weg. Welche Fackeln? Hier waren doch Fackeln, oder nicht? Nein. Ich habe vergessen, der Fackel... Sonst würden sie unten liegen. Auf die Fackeln ins Inventar und los. Zack. 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 Dam-da-da-dam-da-da-dam-dam-dam-dam. Dam-da-da-dam. Mist, die Fackeln sind leer. Drago, willst du jetzt den geheimen Geheimraum in meinem Geheimraum in meinem Geheimraum im Geheimraum zeigen? Okay. Schau nicht in den Turm hoch, bitte. Schau nicht in den Turm hoch. Was habt ihr da für eine Scheiße gemacht? Ich habe das gemacht. Aber du kannst es einfach wieder wegmachen. Was? Sag es Floster, er soll es wegmachen. Also der Geheimgang ist das hier. Lass die da, das sieht geilo aus. Das ist der Geheimgang. Das ist ja da. Das ist der zweite Geheimgang. So. Warte auf den vierten. Aber zeig nicht den, du weißt schon was, den hinter dem. Nicht Lava. Nicht? Das ist der Beste. Nee, nicht den hinter dem Nicht-Lava. Hinter dem Lava ist ja keiner, ne? Ah ja, stimmt. Da gibt es einen Schalter dafür. Ich habe keine Schalter. Nein, es sind nur 20 Schalter dort. Guck Knöpfe. Das ist der zweite Geheimgang. Und das sind über ein Stack. Wie kommt der Geheimgang für die Dinge? Oder ist das gar kein Geheimgang? Das ist kein Geheimgang. Das ist einfach nur ein... Also hier sind keine Knöpfe. Ihr seht hier keine Knöpfe. Das sind aber Knöpfe. Mach mal das Portal auf. Geht es schon? Ja. So geht es auf. Und wenn man unten drückt, habe ich mir selbst ausgedacht. So. Also die Lava nicht zeigen. Was hast du jetzt schon wieder gemacht, Floster? Ich habe gar nichts gemacht. Hä? Ich zeige nicht die Lava. Ich zeige nur die Apparatur. So. Part ist zu Ende. Dankeschön, du Nervtüge. Der geht nicht mehr rein. Floster, was drückst du wieder den Knopf? Ich habe gar nichts gedrückt. Das geht nicht mehr rein. Schnell doch. Ich weiß gar nicht. Scheiße. Da ist die Glocke nicht mitgegangen. So, also der Part ist voll über, sonst muss ich länger hochladen. Ist nicht das noch ein Ding, Geheimgang hier? No volume. Wo? Der da. Ah, das ist noch ein Geheimgang. Den kannst du zeigen. Wie? Mach mal an. Ich kapier's nicht mehr. Wie? Schalt mal den Knopf da unten. Mitte. Mitte. Hier ist der Lichtschalter, der schöne Lichtschalter. Auch Mitte. Oh, ja. Da vorne ist es nur hell. Schön. Also, dankeschön für Schauen dieses Bades. Tschüss, Leute. Es hat funktioniert, glaube ich. Sagt auch Tschüss. Weil jetzt geht es für Licht. Ihr müsst auch noch kurz Tschüss sagen. Also, Tschüss. Tschüssi. Hat es funktioniert? Tschüss. Tschüss. Aber die Talle geht nicht mehr runter. Ja, ja. Ja, warte. Tschüssi. 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 Tschüssi.